Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Und wir sind immer noch auf der Heimfahrt nach Kadiff, irgendwo da. Da wohnen Kadiffen, wir haben das nachgeguckt, die heißen wirklich so. Und das ist jetzt wirklich die Go-Home-Straße, jetzt endgültig, jetzt noch mehr kommt nicht. Und das war eine getapete Show. Und ja, wir waren letzte Woche schon in der Halle, weil die Show, die wurde danach getapet. Und jetzt seid ihr hier wunderbar, habt ihr euch zusammengefunden, um ganz schnell, ganz schnell noch die Review zu hören von Smackdown. Und dann geht's schon nach Kasel, Kadiff. Und das mache ich nicht alleine. Herzlich willkommen. Mein Name ist Herr Flöter, neben mir ist der Marcel Weber. Ohne Stickers. Hallo. Also bis zum Ende, das war eigentlich ganz cool. Also mir hat die Anmoderation gefallen, aber dann am Ende hast du so ein bisschen die Fastball. Okay, nehme ich. Es ist ja auch für uns jetzt. Fand ich auch ganz gut. 4.32 Uhr. Also wir haben jetzt gerade Smackdown geguckt. Wir hätten ja fairerweise, hätten wir das ja auch schon letzte Woche gucken können, wenn wir uns in die geheimen Archive der WWE reingeballert hätten, irgendwie so mit dem, so Enche und Eleven mäßig, dann hätten wir die Dokumentation oder hätten wir das schon sehen können, weil es war ja tatsächlich aufgezeichnet. Hat man aber nicht gemerkt. Herr Flöter, bevor wir irgendetwas anderes machen. Nee, warte mal. Ganz kurz, das passt gerade dazu. Das Ding ist ja, wer jetzt denkt, oh, getapete Show. Brauchen wir nicht mehr, passiert eh nichts mehr. Weit gefehlt und das ist kein Witz. Die Show war lustig, unterhaltsam. Ich habe Spaß gehabt und deswegen hört ihr jetzt die Review bis zum Ende und jetzt kann Marcel über sein Bart reden. Keine Witze mehr machen? Das ist nicht meins. Ja, ich wollte dich gerade fragen, welcher Tag heute ist. Bevor du mir da reingeholt hast. Rassier dich endlich mal und es ist Snickers-Tag. Was willst du mit deinem Snickers? Na ja, Welttag des Bartes ist heute. Den ganzen Samstag über, ich werde diesen Bart wirklich heiligen. Vielleicht werde ich ihn sogar stutzen. Vielleicht werde ich diesen Bart so heiligen, dass ich ihn bis Clash at the Castle abrasieren werde. Das weiß ich noch nicht genau. Aber der ist das heute. Heute übrigens auch, Dolph Ziggler und Joe McIntyre, heute haben damals bei Raw Detective Champions geworden. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das B-Team, du hast ja auch so ein T-Shirt an, das sieht ja auch wie das B-Team aus. Das T-Shirt zeige ich nachher, Marcel. Jetzt mach nicht solche Sachen. Wir müssen hier schnell durch, weil es ist gleich Clash at the Castle. Meine lieben Freunde, wir gehen rein in eine getapete Show, die vieles angekündigt hatte, um nicht zu sagen, eigentlich fast alles. Ja, wir kommen nachher drauf. Es gibt ein paar kleine Sachen dazwischen, aber der große Teil war angekündigt. Zum Beispiel, dieses Match, was gleich zu Beginn kommt. Übrigens, Detroit hat man nicht gesagt, weil das machen die bei der WWE immer noch. Ja, das hat sich nicht geändert an Triple H. Mensch, wenn man getapet hat, sagt man nicht, dass man noch bei derselben Halle war. Wir sind einfach bei Progressive, blenden die uns ein. Ihr wisst schon, Motorboote kann man da, wenn man eine Yacht hat, auf Acapulco zum Beispiel, da kann man versichern. Könnt ihr machen, müsst ihr aber auch nicht. Dicke Schiffe ist aber ein gutes Ding. Ja, ist ein gutes Thema, weil ein dicke Schiffe ist um den Ring gebaut. Ist kein Witz, da steht ein Bug, Schiffsbugs! Ja, steht da rum. Und die, ja, das ist halt, du weißt, du hast doch die Wikingerbeerdigung, hast du uns doch erklärt. Die Wikinger beerdigen doch so, draufschießen mit Feuer und dann verbrennt das und dann sind die weg, richtig? Ja, nur in der WWE nicht. Ja. Nur in der WWE nicht, da hat man das vor zwei Wochen gemacht, nur ohne Schiff, aber mit verbrennen. Dann kamen ja letzte Woche die New Day Leute wieder zurück und der Kofi, und der war ja immer da mit dem Kendo-Stick und jetzt kam ja der Xavier wieder zurück, da hat er aber einen Rollstuhl, dann nicht mehr, da haben die sich geprügelt und deswegen machen wir jetzt hier so ein Match. Übrigens ist es ohne Regeln. Also eigentlich ist es Anything goes, aber irgendwie ist es auch First Count Anywhere. Also das sagen die auch nicht so richtig. Da sind überall so Schilde. Viking Rules ist jetzt, es ist ein Viking Rules Match. Dann hast du gewusst, dass es nicht Schilde heißt, sondern Schilde. Ja. Die stehen da am Ring. Ja, es ist der Schild und nicht das Schild. Hast du verstanden, dass das ein Schiff symbolisieren sollte und das Hauptteil vom Schiff? Der Ring war nicht da. Der Heck. Der Heck hat gefehlt. Dieter Thomas Heck ist halt nicht mehr da. Ist so wie es ist, deswegen geht das jetzt rein. Jetzt wollte ich mal einen guten alten Scheggiewitz machen mit Dieter Thomas, den man hinten und wie das heißt und Dieter Thomas Heck. Es ist egal, es ist so belastend. Wie geil war das denn? Da meint man, die nehmen sich keine Mühe, geben sich keine Mühe für so eine aufgetapte Show. Also das wäre doch geil. Aufgetapte Show? Was ist mit dir los, Samar? Die machen extra für so ein Viking Raiders Match, machen die echt so ein Viking Raiders mit Schilden überall. Jetzt habe ich auch Schilden. Wie geil. Und dann vorne, und da sind ja auch zig Aktionen da drauf. Ich fand das richtig geil. Wirklich. Also jetzt gut, das Ganze, man braucht es nicht. Man braucht es nicht, aber dass man sich die Mühe macht. Weißt du, AEW, die hoffen seit drei Jahren, dass da mal eine andere Stage kommt. Wir machen getättes Smackdown und haben Schiff. Davon distanziere ich mich. Ich fühle, wie alle richtigen Wrestling Fans dieses Wochenende und auch AEW macht bestimmt einen ganz tollen Pay-Per-View. Die haben auch ein paar Matches gemacht. Also angekündigt vielleicht. jedenfalls, wir reden jetzt über das Match und das Match. Ja, wir wussten vorher nicht, dass wir darüber reden wollen und dass wir das sehen wollen. Aber es war eigentlich doch ganz unterhaltsam. Es war, wie gesagt, es ist ein großes Schiff und dazwischen ist der Ring und dann catchen die. Aber eigentlich sind die auch mehr außerhalb, muss man auch mal sagen. Da sind so Stühle, kennenlustig die Schilde. Wikinga Stühle. Das waren Wikinga Klappstühle. Hast du das gesehen? Wikinga Klappstühle. Ich nicht. Ich auch nicht. Aber das haben die gemacht und dann haben die Tische rausgeholt. Solche Sachen. Das war eigentlich ganz lustig. Der Kofi splasht irgendwann mal von der Barrikade runter. Bam! In die Werbung. Jetzt war ja das Problem. Jetzt haben die ja ein Schiff, kein Ring. Das heißt, die konnten nicht mit einem Headlock zurückkommen. Das war ein bisschen enttäuschend. Ansonsten hat es ganz gut Spaß gemacht. Dann war es auf einmal im Publikum. Das war aber auch lustig. War besser wie ein Headlock. Gebe ich sogar zu. Dann kommt ein Thorhammer. Da muss man zusagen. New Day waren verkleidet als Key und sein Bruder Thor. Und der hat einen Hammer in Pink. So. Der hat den Pink Hammer. Ich habe gelernt, das heißt nicht der pinke Hammer. Das heißt der Hammer in Pink. Sowas kann man nicht deklinieren oder so ähnlich. Genau. Aber das sah gut aus. Den müssen wir auch nicht deklinieren, weil der ist kaputt. Der hat er ja genommen, ist vom Hoppup runter und hat den das auf den Kopf gezimmert, dem allen Wikinger. Das Ding war wirklich, das war halt repariert, aber sah geil aus. Bam! Auseinander gesplittert das Ding. Kaputt gezimmert hat er den. Gezimmer hammert. Das war ja wirklich halt ein Thor's Hammer. Ja? Ja. Das sind ja nordische Götter. Es sind nicht nur Superhelden, es sind nordische Götter. Da war richtig was drin. Das Wikinger, versteht ihr? Übrigens nochmal die Viking Rules. Du hast das so niedergemacht. Also Viking Rules ist das gleiche wie War Machine Rules. Es gibt keine Rules. Ich habe mich gefragt, Referee, Jessica K. zählt aber doch 1, 2, 3. Für mich ist das eine Regel. Aber ich bin ein bisschen zu kleinkariert, ich weiß. Das ist auch nicht die Regel, dass man solche Matches macht. Dementsprechend brauchen wir natürlich Tische. Viele Tische haben wir auch. Der Spot lässt aber auf sich warten. Werbung. Wieder kein Headlock danach. Dann gibt es Stühle. Stühle brauchen wir auch noch. Ja, Kendo Sticks waren auch noch da. Habe ich schon gemeint, aber muss ich ja nochmal davor stehen halten. Jetzt ist es lustig. Hat dann fast gereicht für New Day. Und es ging, da fing es dann an. Es ging hin und her. Quasi hier ein Move, da ein Move. Hier ein Move, da ein Move. 50, 50 hätten wir früher gesagt. Jetzt sagen wir es cool, weil es ist neue Führung. Doch dann kommen halt die Wikinger, die dicken Wikinger. Da gibt es einen Roundhouse Kick. Bam! Ins Gesicht. Dann gibt es einen Moonsault von Ivar vom Toprope. Ein Toprope Moonsault. Stell dir das mal vor. Ivar? Ist das nicht der, der Maraschack macht? Der große, dicke Fähre? Ich darf das sagen. Der dicke? Mit den Händen. Wie krass war das denn? Der macht einen Moonsault. Das ist ja fast so, als wenn Triple H und War Machine wieder zurückgekommen. Früher haben die sowas ständig gemacht. Die Viking Riders durften endlich zeigen, was die können. Ja gut, der ging halt daneben. Dann ist wieder New Day dran. Es geht wie gesagt hin und her. Es ist Spaß, sagen wir es ist Spaß, Catch mit Gimmicks. Da gibt es natürlich das Schiffbuch noch. Das müssen wir noch einbinden. Die Tische hat man übrigens daneben aufgebaut. Doppelstocktische waren das dann. Neben dem Schiffsbuch. Das war quasi zum Entrance hin. Das war ganz cool. Das war so ein Holzverschlag, sage ich jetzt mal. Da gibt es dann ein paar Sachen. Daneben die dann von New Day, nehmen dann quasi außerhalb vom Ring, wie früher, wenn da so eine bei WCW so eine Trampe war, die zum Ring hoch war. So war das ungefähr. Dann nehmen die dann Anlauf und dann springen die von Schiffbuch runter auf die Wikinger. Solche Sachen passieren. Das war eigentlich ganz cool. Also man hat es halt eingebunden. Die Halle hat auch Spaß daran gehabt, glaube ich. Das ging halt einen Tacken zu lang, fand ich. Und dann war es halt so, dass hier ein großer Spot auf der Seite, dann auf der Seite. Das war ein bisschen zu viel. Ein bisschen too much. Man hat da ein bisschen Zeit. Naja, gehen lassen wollen. Das hat aber insofern funktioniert, als dass es halt unterhaltsam war, war richtig unterhaltsam und nichts anderes sollte es sein. Also ich habe mich selber gewundert. Also du musst halt sehen, die Halle nimmt halt jetzt wenig auch zwei Shows mit auf. Also es war aber tatsächlich so, dass die während Werbung lief und während Segmente kamen, dass die dann schnell im Ring irgendwelche Matches gemacht haben. Das jetzt nicht, das war dafür zu lange. Aber dafür, dass die Crowd halt wenig zwei Smackdowns durchhält, wenn man den dann einfach, das war ja ungefähr in der Mitte für die, wenn man den dann einfach mal so ein Viking-Shit-Match reinhaut, das war durchaus ambisant. Es hat gepasst und es hatte zum Glück auch das richtige Finish. Ja, denn das Finish geht dann von diesem Schiffsbuch, ging das dann runter durch die zwei Tische mit der Powerbomb. Davor hat New Day noch ein paar Dinger gefressen. Also es war dann relativ eindeutig. Und unsere Wikinger, die Viking Raiders, die sehen jetzt echt mal aus, als würden die sich jetzt mal endgültig auf den Weg machen. Also das war ein cleaner Sieg. Es war ein überzeugender Sieg. Die haben ihre eigene Stimulation gewonnen. Erst wenn New Day jetzt noch mal zurückkommt, weiß ich auch nicht mehr. Also das war jetzt das dritte Mal. Das hat ja nicht mal Jesus geschafft, ne? Das zweite Mal wieder auch verstehen, das ist nicht mehr. Also der Wutz, der geht ja sowas von durch diesen Tisch, durch den armen Mann. Ja, also jetzt nehme ich die Wikinger wirklich ab. Also jetzt sind sie ernst zu nehmen. Das war jetzt so das erste Match, was ich so gesehen habe, wo das wirklich wieder War Machine war. Das fand ich toll. Oder bei NXT dürfen sie auch ein bisschen mehr zeigen, ja. Believe in the Shield. Also ich glaube es jetzt. Die haben halt nur keine Gegner mehr. Ja, wir müssen mal gucken, was da passiert. Jetzt erst mal haben sie New Day klar besiegt. Also ich glaube, da muss mir sowas passieren. Es könnte jetzt wieder so eine Chance sein, dass man New Day repackaged. Mal gucken, ob sie das wirklich machen. Wie gesagt, das Loki und Thor Ding, da muss ich auch sagen, es holt mich halt null ab. Ich bin in diesem Game nicht drin und ich finde diese Anspielung halt nicht unterhaltsam. Ja, okay. Macht was ihr wollt damit. Was ich unterhaltsam fand, war... Die größten Pay-Off-Geschichte der Menschheit und so. Also es kann durchaus Menschen geben, die dieser Superhelden verfolgen. Das ist Quatsch, weil die größten Filme der Menschheitsgeschichte mit Pay-Off haben wir heute gesehen und das waren fünf Teile. Ja. Roman Reigns Clips kriegen wir. Wir kriegen quasi sein komplett zwei Jahre Reign. Kriegen wir gezeigt. Roman Reign. Also, wir wissen schon. Heyman spricht das übrigens ein. Ist nicht zu sehen, aber er spricht das Ganze. War cool, war sydiastisch angehaucht. Du wirst mir gleich erzählen, das war ja hier, da hat man gespielt mit großem Aufbau. Ich habe ja die These vertreten, während wir das geguckt haben, auf twitch.tv ist das ja vielleicht, ja, ähm, lustigerweise, dass der Aufbau war, den Heyman hatte für diese ganze Story, ja, in Kapiteln, die man jetzt nochmal nacherzählt hat und genau das war eigentlich das Skript dazu. Wenn das so war, geil, Hut ab. Wäre richtig schön. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, mir das anzugucken. Also ich hätte das einigermaßen ganz grob analysieren können, nicht so wirklich toll. Aber du hast tatsächlich eine klassische Erzählstruktur in fünf Akten und dieses Ding wurde uns über die ganze Show in fünf verschiedenen Teilen gezeichnet und auch so benannt. Also wie gesagt, erster Teil, Roman Reigns macht das, zweiter Teil, Roman Reigns macht das. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Also du hast jetzt die Handlungselemente, du stellst erstmal deinen Helden vor, dann kommt irgendwas Unerwartetes für den Helden, dann der Rückschlag und so weiter und am Ende dann der große Payoff und der Held übersteht seine Stadt. Ich glaube, das war es nicht. Also es war sehr Roman Reigns positiv. Aber wenn man das reininterpretieren kann, dann fände ich das richtig gut aus. So verstehe ich richtig, kann ich jetzt leider nicht. Aber generell, super Sache, dass man das jetzt wieder über die Schoß zieht und dem Zuschauer einfach, der jetzt einschaltet, einfach was an die Hand gibt und sagt, hier, schaut euch Roman Reigns an. Das ist jemand. Da rolle ich zurück, denn, du hast das Wichtigste vergessen, in diesen Fünfteiler, ja, er war es zu sehen, der heißt, ich war Reimortelhaltung. Ja, war der Mann drin und Moreno, Petro Moreno war auch dabei, große Champions, das war der letzte Part. Petro Moreno. Das war alles für Morales. Weiß was, was ich. Ach, Herr Flüter, die waren alle dabei, auch ganz einfach mit dabei. Das war schon ganz gut. Mit Paul Heyman nochmal, das wäre natürlich eine sehr coole Story, wenn Paul Heyman jetzt quasi den Abgesang der Bloodline damit nacherzählt. Das war unser Film, was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben und jetzt Cardiff. Der war jetzt nicht mehr da seitens SummerSlam, ne? Der war im relevanten Krankenhaus. Da ist er. Wie gesagt, das wurde verteilt über die ganze Show, du hast es gesagt, aber nicht nur das, sondern wir haben ja noch die zwei Jahre Celebration. Das hat man uns ja angekündigt letzte Woche, da hat man ja gesagt, ah, hier, da brauchen wir ja Master of Ceremony, ja, nicht das CM. Das CM, das ist der Punk, das ist der, der woanders. Wir haben einen MC, MC Sami Zayn, der macht das nämlich und der ist ready. wir sehen bei Backstage, der ist schön, der hat doch die Haare schön. Hast du das gesehen? Der hat so einen Männerdutz und so einen Bun, Man Bun, sagt man glaube ich dazu. Mail Bun, na, wie auch immer. So was hat der und der hat ein schönes rotes Jackett mit schwarz drin, das sieht toll aus und der hat einen Plan, der hat einen Zettel dabei, also so einen Block, da hat er mitgeschrieben, wie so einen Wedding Planner. Das hat der mal schon mal Johnny Knox für getragen, als er da auf der Premiere war, da hat der auch so ein rotes Ding gehabt. Ich glaube, das war gleich. Das könnte es sein, das könnte es sein, aber er macht quasi den Wedding Planner nur für eine Ceremony, ja? Das finde ich in Ordnung. Weiß nicht, warum es das ist, Ein Kris Grab. Der sagt dann auf jeden Fall, ja, der Weismann sollte hier sein. Und alle so, jo, 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 jo. Dann geht es kurz um K.O., ja? Weil ich glaube, der Jay ist sich nicht ganz so sicher, dass der ist mit K.O., dass da nicht doch was läuft. Der Sami sagt aber, ich bin auch nicht über den Hoosan. Also da geht es ja gar nichts, ist da ja mit K.O. Ich konnte das halt nicht verhindern, ist halt so, nochmal Bezug genommen auf letzte Woche, ist in Ordnung. Ja. Pass auf, wieder da, hast du wieder die Story, du dich durch die ganze Nacht zieht und Sami Zayn wie immer beteiligt. Sami Zayn der MVP, ich sage es jede Woche. Hör dich umsonst hier ein T-Shirt an. Ja, ich dachte, ich habe Video Reviews. Ja, ja, von, von Dingens B, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie hier, Bob Dennis und so. B-Team, B-Team, go, go, go. schon Wiccintyre Champion geworden, das wollte ich sagen, so. Was ich fast vergessen hätte, ist, dass wir noch dieses Frauentitelmatch haben, ja? Shayna Baszler ist bei Kayla Braxton. Sie sagt uns, ich gewinne, weißt du wie, Kayla, Kayla so, nö, ich werde sie leiden lassen, auseinanderreisen, bla bla bla, das ganze Ding, dann ist die Lift da, die steht daneben, die war komischerweise auf einmal gleich groß, wie Shayna Baszler, die stand bestimmt auf dem Hocker, muss so gewesen sein, geht ja gar nicht anders, die ist ja nicht gleich groß. Die sagt uns übrigens, ich habe keine Angst, ich gewinne, ich zerreiße, ich reiße den Arm ab. Wunderbar, toller Aufbau. Ich meine, dann ist die Relation draus machen, wenn sie beide sagen, die reißen den Arm ab. Also, was ist denn mein Wrestling? Ja, mach doch ein Armabreiß-Match, wäre doch okay. aber muss man jetzt fairerweise sagen, dieses Match ist da, dieses Match hat einen gewissen Aufbau und dann erwählt man das, aber man erwähnt es nicht groß, sondern diese 1-2 Minuten Backstage, das war schon in Ordnung, dass man es gezeigt hat, aber mehr muss dann auch tatsächlich nicht mehr kommen. Na, mal gucken, vielleicht haben wir dann noch was, was da reinpassen könnte. Ne, schauen wir erstmal, Karrion Kross, ja, unser Rückkehrer, das ist der ehemalige Lord Helmshine, ihr wisst schon, der hat auf einmal seine Frau wiedergefunden, aber die Farbe war weg. So, das ist so ein Ding, das Haare hat er auf einmal. Er ist noch bei den Street Profits. Ja, der ist noch bei den, so, der hat heute sein Debüt, da können wir sehen, wieder mal so ein Backstage-Segment, in Schwarz-Weiß, der Kross, der kriegt die Uhr halt so. Dann sagt er uns, der True Gulag will er zerlegen, das ist wohl sein Gegner heute. Okay, und diesen True Gulag wird das, was heute passiert, wird ihm verfolgen, sein ganzes Leben, alles klar. Endurance passiert, Schwarz-Weiß, und dann haut er die Farbe aus dem Bild, ins Bild so rum. Toll, 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 ist genauso wie NXT, nur, also so ungefähr, nur mit Haaren. Die Halle schläft übrigens dabei, und das ist kein Witz. Reaktionen waren nicht so wahnsinnig gut. Match war halt das, was Karrion Kross halt macht, und das ist halt nicht viel. Er chockt dann halt aus, relativ schnell, True Gulag ist durch, kein Interessiertes. Ja, mehr sollte es ja auch nicht sein. Also, die Halle fairerweise war am Anfang so ruhig, wie später bei dem Match von Luki, aber während des Matches ist hier weniger passiert, als bei Luki, wollen wir gleich schon mal sagen. Dann haben die die Halle gekriegt, und Karrion Kross halt irgendwie nicht, das hat nicht funktioniert. Das ist halt das Quatsch-Match gegen Drew Gulag, was erwartet man. Kann man so machen. Bei NXT hat er ja noch so ein Gimmick gehabt, dass er teilweise nicht so gut im Match war, und immer wenn es schlecht lief, hat er seine Scarlet angeguckt, die hat dann irgendwas gemacht, irgendwas Mystisches, und dann war dann Karrion Kross unbesiegbar, so ein bisschen Hulk-Up hat er dann gemacht. Das hat man jetzt so nicht gemacht. Ja, okay, auch die Drew. Braucht er das auch nicht, ne? Den Drew brauchen wir dann nicht. Ich dachte eigentlich, Drew Gulag war schon, also Drew Gulag war schon, schon Ring-Announce und sowas, da war doch schon umgesattelt. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt so der Mehrwert ist, aber es war halt das In-Ring-Debüt, kann er ja mal machen. Es ist sehr hell. Ja, ja, also... Und es ist auf alle Fälle besser als Lord Helmchen, aber... Also das ist keiner, der in Cardiff im Main-Event in irgendeiner Weise involviert sein sollte. In-Ring-Debüt kaufe ich hier aber auch nicht, weil Lord Helmchen ist noch nicht so lange her, und das haben wir nicht vergessen. Sorry. Sorry, auch wenn der jetzt auf einmal schwarz-weiß ist, also und Haare hat. Ich hab's nicht vergessen. Nichts war real nicht schwarz-weiß, und als das Match zu Ende war, war die Farbe wieder weg. Das ist die Story. Marcel hat wieder nicht verstanden, dass unser Publikum jünger ist als er. Ist, wie's ist. Ronda Rousey kommt. Die... Was? Die will ja heute noch... Die will jetzt wissen, was ist denn jetzt die finale Entscheidung gegen sie? Muss sie jetzt da Abstand nehmen von WWE? Darf sie wieder catchen? Was ist da? Die hat noch schon Geld auf den Tisch geschmissen. Wer hat das eigentlich mitgenommen? Erfahren wir nicht. Aber sie kommt. Sie hat übrigens keine Zuppelhose, sondern eine lange an heute. Marcel dafür sein Zuppel-T-Shirt heute dabei. Das ist wunderbar. Wichtig und richtig. So. Ich sag mal so. Sie kommt raus. Wir denken so, ach gut, Standard-Promo. Ronda Rousey, so. Und er ruft sich relativ schnell und sagt dann, ja, hier, Adam Pierce, komm mal raus. Wir müssen das doch... Wir müssen doch jetzt wissen, was los ist. Der hat gar keinen Bock. Ja? Der muss aber jetzt, weil es halt Kraft seines Amtes, muss er halt da kommen. Er sagt erst mal, ah, es ist jetzt nicht persönlich. Es ist nicht persönlich, liebe Ronda. Versteht das doch. Ronda sieht das irgendwie anders. Sie macht lustige kleine Kommentare zwischendurch. Ronda ist wirklich lustig in dem Segment. Ähm, er sagt mal so, ne? Also Ronda hatte den Brief dabei. Da steht jetzt drin, was da passiert. Jetzt muss der... Der muss das jetzt vorlesen. Der liest doch vor. Ja, es war kein gutes Verhalten, aber es war alles nicht kriminell. Oha. Ronda kommentiert weiter. Lustig? Ja? Ähm. Ronda war wirklich super. Ich sag's nochmal. Ich muss mal an sich... Ich muss an sich angucken. Beste Segment heute Abend, in meinen Augen. Und dann steht da noch ein Satz drunter. Da möchte doch die Ronda bitte, dass er das laut vorliest und nochmal wiederholt. Ja. Die Suspendierung ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das heißt, die darf wieder catchen. Sie ist wieder Teil. Und jetzt wird's richtig gut. Äh, Ja, Ronda. Ich hätte dich nicht suspendiert. Ich hätte dich gefeuert. Ja? Und jetzt hält der eine Promo raus. Das war richtig gut, ja? Da waren Sachen drin. Da kamen sie so, bite my ass, nick my ass, kiss my ass, wie auch immer. Da war viel, viel Vibes von Austin und McMahon. Und nein, das ist nicht übertrieben. Das Segment war einfach geil. Es war einfach gut. Ronda badass. Adam Pearce explodiert komplett. Ja? Ähm. Der kann das auf einmal. Der kann auf einmal auch. Promos. Hat die Schnauze voll. Ist das ein Heal? Dann habe ich mich gefragt. Ich glaube, ja. Dann sagt er noch, ich habe ein Problem mit dir. Nicht mit dem Board. Also Board of Directors hat wohl entschieden, dass die Suspidierung aufgehoben ist und nennt sie dann noch Bitch. Und das mit einem Nachdruck dahinter, das war richtig, richtig geil. Und dann fällt ihm wieder ein, oh, scheiße. Ähm. Das ist ja immer noch Ronda Rousey. Das ist ja immer noch eine legitische MMA-Fäterin. Sie will ihm dann so ein bisschen eine Krage. Er sagt auf einmal, okay, okay, okay. Es war vielleicht doch ein bisschen unprofessionell gerade. Aber es hilft alles nichts. Der Arm wird nochmal in den Mitscheiden mit Leidenschaft gezogen. Mann, Deutsch. Aber gegen Adam Pearce. Wie gesagt, aus dem Vince-Vibes mit Ronda und Adam Pearce. Ich sage ganz ausdrücklich in großen Buchstaben geil ausrufe zu sein. Ja, das war cool. Das war wirklich cool. Also Ronda Rousey sagt sogar Kiss My S. Das ist ja eine ganz klare Anspielung auf den Kiss My S-Club von Vince McMahon. Und diese Vibes waren drin. Das hätte ich Ronda Rousey in der Form nicht zugetraut. Und die hatten echt gute Harmonie, die beiden. Ja. Das war wirklich, das war interessant. Ich habe mir am Anfang des Segmentes aufgeschrieben, dass Ronda Rousey das schlechter macht als Becky Lynch. Also wenn Becky Lynch das machen würde, dann würde das viel mehr ziehen. Aber je länger das lief, habe ich das dann wieder weggemacht. Wollte ich gar nicht erwähnen. Habe ich jetzt aber doch gemacht. Weil sie hat es wirklich besser gemacht. Erstmal, ich habe mir gedacht, was kriegt man denn dafür? So kriminell und so. Also so 90 Tagessets oder so. Die hat ja locker, locker was, also für mich war das schon kriminell, dass die da einfach die Offiziellen da und den Arm bricht und alles. Vielleicht sechs Monate auf Bewährung, wenn sie Pech hat. Aber ist auch egal. Dann hat sie ja dieses Schriftstück da. Da habe ich ja zuerst gedacht. Ich gucke ja, ich gucke ja Deinemite. Ich habe gedacht, das wäre der Vertrag von Jon Moxley, wenn du das nicht gesehen hast. Der hat ja gesagt, hier Leute, hier, wer Champion werden will, unterschreibt bitte, ich lasse das im Ring liegen. Und ich dachte, wer das? Weil bei AEW wollte den ja keiner haben. Da ist ja keiner rausgegangen. Hatte keiner Bock gehabt, das Match zu haben um den World Title. Aber das war es dann doch nicht. Dann war es dann tatsächlich das, was sie da vorliest. Das Schöne war dann halt, wo Adam Piersler sagt mit der Suspendierung. Da sagt Ronda Rousey, ich kann ihn nicht verstehen. Die Fans, die cheeren gerade so laut und die machen das willig. Die haben das auch voll gefressen. Das war schon sehr witzig. Sag mal, ja, glaubst du denn, dass das leicht für mich ist, sagt Adam Piers. Adam Piers mit seiner besten Promo, die der meines Wissens in der WWE je gehalten hat. Ich bin hier immer ein Babysitter für alle. Für alle. Und ich kriege nie ein Dankeschön dazu. Das war ein bisschen heelig, aber auch ein bisschen, ich muss Mitleid mit dem Mann haben. Und dann sagt er tatsächlich, du bist die größte Bitch, die ich je getroffen habe. der Satz hat gesessen. Und dafür geht er dann verdient in den Arm. Weil jetzt frage ich mich halt, ob die Ronda Rousey dafür jetzt wieder bestraft wird. Und ob das jetzt gerechtfertigt war, weil sie irgendwie produziert worden ist oder so. Und ob das am Ende in ein Match mündet. Jetzt stell dir mal vor, Adam Piers gegen Ronda Rousey, wie krass wäre das denn? Also ich sag's mal so. Das ist ein Wrestler. Das ist ein Wrestler, ja, ja. Adam Piers ist ein Wrestler. Das Ding ist, wenn die hier wirklich sowas Ähnliches spielen wollen, wie damals mit Austin, und der war damals auf einem ähnlichen Devil mit Ronda, keiner hat den gefressen. Bis diese 360-Promo kam und dann fing das langsam an zu shiften und dann mit Austin gegen Vince war das dann, das war der Game Changer überhaupt. Erst dann wurde Austin groß, wenn die sowas Ähnliches vorhaben, mit der Authority-Figure Adam Piers, der durchtickt, der den bösen Badass-Chef dann irgendwann spielt, in der Art und Weise, wie man es heute gemacht hat, geil. Dann gebt mir das bitte, will ich sehen, wie auch immer man das löst. Die Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen, hat Ronda jetzt eigentlich vergessen, dass sie ja den Hitler verloren hat? Das erwähnt sie jetzt hier nicht. Aber kann man sie jetzt noch reinbooken für Cardiff morgen? Alles nicht, aber vielleicht greift sie ein. Auch was ich vor allem witzig fand, also wir haben ja wirklich gar nichts davon erwartet. Oder generell, Ronda Rousey haben so lange gesagt, es zieht nicht bei den Leuten. Diese Frau, das funktioniert nicht. Und jetzt mit einem Segment, was uns wirklich richtig gut gefallen hat, auf einmal ist sie auf der Landkarte. Also so schnell geht es dann auch im Wrestling, also wenn irgendwie Talent dann doch drin ist, und das ist eben Wrestling, du musst die Schwächen verstecken. Also diese Grinse Ronda Rousey ist eine ganz klare Schwäche. Das hat mal Monate gefahren, hat kein bisschen funktioniert. Jetzt macht man was anderes und auf einmal ist die Frau wieder wer. Und wenn es dann irgendwann gegen Shana Bessler geht oder meinetwegen noch mal gegen Diffenbrocken, ja warum denn nicht, wenn das gut funktioniert, bin ich vorbei. Ja, sehe ich auch so. Das war cool. Hat beiden geholfen, hat dieser Show vor allen Dingen geholfen, muss man einfach sagen. Ja und SMPs hat endlich mal ein bisschen Kante gezeigt und ein bisschen Profil gekriegt. Dann wieder zurückgerudert, aber es war gut, es war einfach gut. Also er entschuldigt sich ja am Anfang, dann tickt er aus, weil er irgendwas nicht mehr halten kann und dann wieder, oh jetzt bin ich nur ein Businessman. Ja, aber das war wirklich so das komplette, dieses komplette Austick, nicht so ich bin jetzt wüt oder so, sondern das war wirklich emotional von jetzt auf gleich, als wenn er einen Snickers gebraucht hätte. So hat sich das angefühlt. Absolut, ja. Tolles Segment. Guckt euch das mal an. Gibt bestimmt Auszüge auf YouTube oder so auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß nicht, wie sie es produziert haben. War ja eine getapete Show und da kann man natürlich auch mit Katzen arbeiten, aber es hat auf jeden Fall sehr gut gewirkt und es kam gut an. Also bei uns und im Chat, im Livestream. So, Sammy, ja, ist immer noch Backstage. Der bereitet immer noch die große Celebration vor für den Roman Reigns. Der hat jetzt allerdings die falschen Blumen bekommen. Jetzt hat der schwarze Rosen gehabt, Marcel. Was hat St. David auf sich? Die symbolische Bedeutung von schwarzen Rosen ist sehr mystisch und von einer großen Luft Lust auf Neues geprägt. Die Farbe Schwarz hat leider auch eine sehr negative Bedeutung und so wird sie oft mit dem Tod, Trauer und Hass in Verbindung gebracht. Wer eine schwarze Rose verschenken will, sollte sich bewusst sein, dass dies eine Drohung gleich kommen könnte. Ah ja. Wer könnte denn das machen? Tick. Tack. Tick. Ei, ei, ei. Tack. Ich hau es jetzt raus, Marcel. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich kann mich nicht mehr halten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass eine Sanduhr nicht Fick-Tack macht? Verdammt nochmal. Kary Cross, der hat die Rosen geschickt. Also auch hier wieder kleine Zielmittel. Wir hatten ja vor zwei Wochen oder so, gab es ja die Eieruhr für den Schuh und jetzt gibt es die roten, die schwarzen Rosen, nicht die roten, wäre ein bisschen komisch. Die schwarzen Rosen für die Bloodline, also für Roman Reigns sinnbildlich. Ja, also man lässt ihn im Spiel. Jetzt hat man ihm einmal gezeigt gegen True, das war nicht so prall, aber er hat ja sonst nichts gemacht. Bei seinem Comeback hat er quasi den Schuh umgedübelt, hat die Uhr hingestellt von Reigns, das war's. Jetzt hat man die Uhr bei True gespielt, da hat er ein paar Probos drüber gehalten und jetzt geht er nochmal so indirekt auf Roman Reigns. Das ist schon eine Ansage. Ich hoffe trotzdem, die machen das nicht in Cardiff und damit möchte ich verweisen auf unser Preview. Mein Lieber, wir haben den Preview aufgenommen. Wer jetzt hier, nach dieser Review von Spector noch nicht genug hat, der kann den Preview hören, für Clash at the Castle, da haben wir ein paar Szenarien durchgegangen und die waren wild. Aber ein Szenario war nicht drin und das war Karrion Kross im Main Event, richtig? Ja, das ist das, was ich am allerwenigsten will. Also, ich bin bereit, Karrion Kross eine Chance zu geben. Also, der Start war wirklich nicht gut, das haben wir thematisiert und auch jetzt reizt es mich noch nicht und die Halle offensichtlich auch nicht. Aber, es ist ja eine Story da, eine Story vorhanden, die jetzt aufgebaut wird. Wenn das jetzt dazu mündet, dass einer von den beiden Champion wird oder Champion bleibt und dann nächsten Monat eine Fede mit Karrion Kross ist, dann ist das ja schon einigermaßen aufgebaut. Okay, aber nicht in Cardiff. Das ist, der Junge ist einfach ein 3, 5, 8, 17 Level niedriger als Roman Reigns und auch als Drew McIntyre, der hat nichts verloren. Und auch, wenn wir schon dabei sind, kein Fiend und kein Braun Strowman und wer da noch alles gehandelt wird. Dieser Main Event, wenn ihr da Eingriffe macht, dann bitte nur von Leuten, die etabliert sind in dieser Szene. Das wären die Usos, Sami Zayn, Kevin Owens ist jetzt auch mit drin, keine Ahnung, wen ich jetzt vergessen habe, aber keiner von denen. Auch kein Johnny Gargano und Siri wäre da noch. Den hattest du vergessen. Der hat immer noch diesen Koffer. Ja, Siri vergessen. Aber auch hier, wir haben es bei Raul schon gesagt, das ist ja schon ein Stilmittel, was man hat. Auch Siri ist heute eben nicht dabei. Man hat die ein bisschen gesightleidt mit Gargano. Ich glaube, da ist ein Muster zu erkennen. Plus, wir haben diese Geschichte mit Heyman vielleicht, der seitdem nicht mehr gesehen wurde, der jetzt diese 5 Akte erzählt hat. Also da ist viel drin. Kann natürlich auch einfach auf eine Story rauslaufen mit Drew und Karrion Kross, wenn Drew den Titel nicht gewinnen sollte. Da müssen wir mal gucken. Es ging ja um diese Chosen One-Geschichte. Vielleicht geht es da dann weiter. Mal gucken. Long-Term Booking. Warum werden die denn Clash at the Cards und McIntyre und Roman Reigns am Ende fuck finden, dass Karrion Kross dem das kostet und Reigns bleibt Champion. So dumm sind die auch. Und dann kommt der Feed. So. Ne, wird nicht passieren. Jetzt kommt erstmal der Mittelpart. Der war diesmal nicht so ausgeprägt. Der war aber trotzdem da. Es ist Hydro, die kommen raus. Die geht ja gegen die Maximum Melbaugh. Das war angekündigt. Ich sag mal so, es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig abgeholt. Hydro hat komische Samthosen an. Ich frag mich, warum. Der Mace, also Marse, der hat ja, der hat was am Gesicht. Der kann jetzt nicht weitercatchen. Der kann es doch nicht so ein Model hauen ins Gesicht. Das ist doch, das ist gar nicht. Die Los Lotharios kommen raus. Die flirten erstmal mit der Maxine. Das ist wunderbar. Dann kommt die B-Fab durch die Seile. Sagt gar nicht so geil aus. Haut die um. Also, sag ich mal so. Hydro begraben dann die Models. Alles klar. Danach prügeln er mit allen, inklusive der Los Lotharios. Und weil ja jetzt vier Heels gegen zwei Faces sind, brauchen wir jetzt natürlich unsere Partygenossen aus dem Bangbus die Süd-Wortwits. Ja. Ich hatte jetzt gehofft, dass du mir die Geschichte erzählst. Den Wortwits, also das gehe ich jetzt einfach drüber weg. Weil ich habe diese Geschichte nicht verstanden. Also die Maximum-Mail-Models, als sie gekommen sind, die ersten Segmente, fand ich richtig gut. Eigentlich mag ich die, aber irgendwie wird das jetzt gerade blöd erzählt. Hydro, ja, mag ich eigentlich auch, aber so wirklich viel passiert ist da auch noch nicht. Ich weiß nicht, was die Lotharios wollen. Ich weiß nicht, was die Maxine de Priville mit denen. Und dann holt die die und dann holt die die doch nicht und dann werden die verprügelt. Und Vifert sieht übrigens wohl gut aus, nur der Move sah nicht gut aus. Oder geil hast du sogar gesagt. Da muss ich zurück. Du kannst nicht sagen, dass die nicht geil aussieht, Herr Flöter. Das ist beleidigend. Ja, sehr unverschrecklich. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Und dann sind die dann weg und dann kommen die Street Profits. Ja, die waren halt noch da, weil die ja letzte Woche ihr komisches Bussegment hatten. Ich verstehe nicht, was das soll, dass es einfach alles komplett zurückgegangen ist. Marcel, beruhige dich doch mal. Ich kann dir sagen, was die Maxine de Priville hat aufs Maul gemacht und jetzt isst sie mal eine Currywurst und dann ist gut. Jetzt beruhige ich dich mal. Das sind ja nicht die Viking Raiders. Herr Flöter, du weißt ganz genau, dass wir jetzt 4.58 Uhr haben. Wo kriege ich denn jetzt eine Currywurst her? Nicht mal auf Lieferant. Das ist doch dein Problem. Guck das nach. Wir kriegen jetzt Corbin. Der ist bei Kayla Braxton. Der sagt, mein Leben ist gut. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Open Challenge jetzt. Der hat ja verloren zuletzt gegen Ricochet. Jetzt kommt Nakamura raus zu dieser Open Challenge. Alle so, ist gefühlt eine ganz, ganz lange Abschiedstour von diesem Nakamura. Habe ich so das Gefühl, so richtig sehen will es keiner mehr. Match ist auch egal, aber der Corbin bekommt trotzdem seine Heal-Reaktion. Also das ist nach wie vor da. Man macht auch ein bisschen die McAfee-Nummer wieder. Ja, aber das ist schon okay. Kinshasa Out of Nowhere, Niederlageserie für Corbin, geht wohl weiter. Das ist die Story, die man erzählen will und dadurch könnte da schon mehr mehr drin gewesen sein. Wir wissen es halt noch nicht. Marcel, jetzt bist du wieder dran. Momentan keine Lieferung, leider. Worum ging es Corbin? Hast du schon das mit dem Auto gesagt am Ende oder kommt das? Ich will dir nichts wegnehmen. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich war beim Match. Marcel, ich habe das Match erzählt. Du warst beim Match. Ja, Niederlagenserie. Das habe ich schon mal gesehen. Habe ich schon mal gesehen, das Match, was sollst du. Das hat jetzt auch nicht lang gedeutet. Also das war definitiv eins von den Matches, was sie einfach letzte Woche zwischendrin einfach irgendwann aufgenommen haben, als wir dachten, jetzt ist gerade Werbung oder so. Kann man machen, brauche ich nicht. Aber wenn er jetzt eine Niederlagenserie startet, das wäre, ja, das wäre doch was. Das wäre doch, danke für das Stichwort. Jetzt bin ich wieder drin. gegen Joe McIntyre, dann die Madcap Mosfeder, Ricochet, McAfee hat ja alles verloren. Jetzt verliert er noch gegen Nakamura. Wenn sie da was draus machen, eigentlich für ihn. Ja, mal gucken, vielleicht wird er ja vielleicht verarmt er wieder. Wie gesagt, er sagt ja vorher in dem Interview ganz kurz bei Kayla, ja, ist nicht so schlimm. Also der versucht sich selber wieder schön zu reden, was halt nicht schön ist aktuell. Und das wird wohl die Story sein, vielleicht kriegen wir wieder so einen Broken Corbin in irgendeiner Art und Weise. Jetzt nicht unbedingt finanziell, aber sportlich gesehen. Naja, warum denn nicht? Es tat nicht weh, geht nicht so lang. Aber das Ding ist noch nicht durch. Wir kriegen erst mal eine Werbung und dann nach der Werbung sehen wir Corbin, der läuft Backstage rum, der ist ein bisschen betröppelt. Der ist nicht ganz gut gelaunt an der Stelle. Aber es kommt eine dicke, weiße BMW-Limo angefahren. Ich glaube, das war ein 3er GT, nur in Stretch-Version. Geil. Nur, da war vorne drauf, da war so ein Geweih. Das habe ich schon mal irgendwann gesehen im Clitchen. Ja? Star Wars. Letztes Match übrigens gegen Ray Mysterio gehabt bei WrestleMania. Das ist dein Lieblingsflaster, ne? Komm, jetzt bin ich schon unscharf. Sag den Namen. JBL, meinst du? JBL, so sah das Auto aus, wir sehen ihn halt nicht. Wir sehen ihn halt nicht. Marcel, hör doch mal auf jetzt. Wir sehen ihn halt nicht. So jetzt. Wir sehen JBL nicht. Die Scheibe geht ein bisschen runter, dann sagt irgendeiner was, hier kommt, steig mal ein. Du sagst, das war JBL, weiß ich nicht. Ich glaube, der war einfach nicht vor Ort. Man hat es vielleicht über Skype gelöst, so wie man das macht. Es war die Stimme von JBL definitiv. Das hat man gehört. Aber es klang echt klar, als wenn es irgendwo über Skype aufgenommen worden wäre. Ja, was will er dem zeigen? Wie man wieder reich wird? Wie man arrogant wird? Wie man... Ja, war er auch reich, oder? JBL, das war so ein Broker, ne? Vielleicht macht er die APA wieder auf. Vielleicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall durchaus eine Sache, die ich nicht erwartet hatte, JBL da ins Spiel zu bringen und Corbin steigt dann ein. War das erledigt, das Segment, aber mit Corbin haben die offensichtlich was vor. Wie gesagt, die Reaktionen im Match sind da. Also das kann man... Also Nakamura reagiert keiner drauf. Auf Corbin ja. Also irgendwie funktioniert das ja schon. Bin gespannt, ob man ihm wieder Richtung... Ja, du musst jetzt wieder lernen, bla bla bla, erfolgreich zu sein. Irgendwie sowas in die Richtung kann man machen. Mit JBL ist glaube ich auch ein richtiger Mann, den kann man auch mit einem Bind noch um den nicht. Schauen wir mal in den nächsten Wochen. Ein Match, was wir jetzt noch haben, und das ist unser, und ich sage es sehr gerne an dieser Stelle, unser wrestlerischer Main Event und mir geht es nicht darum, dass es der wrestlerische Main Event ist, mir geht es darum, dass unsere Jungs da drin stehen. Es geht darum, dass Ludwig Kaiser auf diesen Butch trifft. Wer ein bisschen firm ist mit europäischem Catch, mit deutschem Catch, der weiß, dieser Ludwig Kaiser, der hieß mal Axel Dieter Junior, und dieser Butch, der hieß mal Pete Dunn, und ja, die haben schon ein paar Mal gegeneinander gecatcht. Wir dachten jetzt, okay, das ist halt jetzt eine andere Welt, und der Butch ist halt jetzt Butch, das ist nicht mehr Pete Dunn. Pustekuchen. Pustekuchen. Der Butcherweight ist am Start, der sieht aus wie Pete Dunn, der sieht aus wie, das ist so. Der will das jetzt singlet wieder an, der hat keine Knieschone, nicht, der hat am Anfang wo rausgebracht, die Mütze auf, ansonsten, dann nimmt er die Mütze ab und hat sogar die langen Haare wieder, Mann, das ist mein Pete Butch Dunn. So ein Fan vom Indie-Wrestling, du magst, dass wir die Indie-Wrestler entweder Indie-Sachen machen und das Sports Entertainment ablegen, das ist so genau so deins, hast du richtig draufgebracht. Ja, also Pete Dunn wirklich, also es war Pete Dunn, also diese singlet Haare, hat Mundschutz wieder drin gehabt, er hat die Finger wieder zusammengeknippt, das war Pete Dunn, ist ja auch in Ordnung, der Riddle macht das ja auch ganz genauso, der macht ja seine Späßchen und seine Rumscootern und aber im Ring ist er immer voll dabei und voll bei der Sache. Wenn man das mit dem Butch jetzt macht und das ist halt so ein bisschen Superman-mäßig, dass er dann in seine Telefonzelle reingeht und jetzt ist er der Pete Dunn und kann in dem Match dann das auch zeigen, ja und natürlich den Luki, der Junior, natürlich kann der das auch dann entgegenzeigen, sagen wir mal so und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die haben am Anfang, war die Crowd sehr leise, erstaunlich leise, aber die haben halt auch schon drei, vier Stunden. Man kennt sie halt doch nicht. Ja, man kennt sie auch als im Ring noch nicht so ausführlich. Als Amerikaner nicht, aber die haben diese Crowd dann am Ende dann gekriegt, anders als Karrion Kross an der Stelle, das hat dann funktioniert und das Match kann man sich durchaus mal so geben. Das Match war sehr, sehr ordentlich, es gibt natürlich die klassischen Pete Dunn-Fingerspots, es gibt natürlich die klassischen Spots, die Junior oder Ludwig Kaiser macht und dann gibt es natürlich auch das klassische NXT, Nein! Ja, da war vieles drin, es gibt auch das erste Aufeinandertreffen außerhalb von dem Ring mit Gunther und Sheamus und dann sagt Gunther wieder auf Deutsch, kurz vor der Werbung, was willst denn du jetzt? Ja, komm ran, auf Meda so ungefähr. Es ist toll, ich bin, gut, das sind unsere Jungs, ich sehe die halt einfach gerne. Kaiser hat dann ein bisschen Arm, ein bisschen Finger, wie gesagt, das ist nicht gut, muss man sagen, Butch kickt dann Ludwig Kaiser von hinten ins Gesicht, also das war ein dickes Ding, muss ich sagen, da saß er auf dem Boden und dann gibt es Kick, da gibt es eine Zeitrufe vorn, aber so richtig ins Gesicht, also richtig in die Fresse, das war gut. Ich glaube, die hatten richtig Spaß, die beiden. Die haben es sich ordentlich gegeben und die Halle hat das erste Mal verstanden oder das Publikum, das Mainstream-Publikum da hat das erste Mal verstanden, oh, shit, die können ja richtig gut wrestlen und die wissen, was sie da machen, da war eine Match-Story drin mit dem Arm, da war viel dabei. Es gibt am Ende den Bitter End nach dem Fingerbruch, endgültigen Fingerbruch und dann ist Schluss und das ist insofern storytechnisch auch gar nicht schlecht gewesen, weil der Gunther jetzt übernimmt. Gunther geht ins Innenring, der hat ja die ganze Zeit immer gesagt, ah, nimm die Arme runter, mach das jetzt, du musst sie jetzt mal für, sie wissen schon. Hat er wieder verloren, der Lucky. Hat er wieder verloren, aber Gunther war diesmal nicht auf Lucky böse, sondern Gunther war böse, da geht jetzt ein Ring, der will sich breit machen, will die jetzt alle zu Brei hauen, Sheamus kommt, nimm Wütze ab, alles weg. Die sind bereit, sich auf die Fresse zu geben und dann kommt diesmal aber Ludwig Kaiser und hält den Gunther zurück. Finde ich sehr lustig, das heißt, man hat nochmal dieses Stair-Down gehabt, man hat nochmal dieses Aufeinandertreffen gehabt, wie gesagt, generell ein Match, wo ich mich sehr drauf freue bei Clash of the Castle und mein Lieblingspart in diesem Segment ist dann als dann ausgerechnet unser Gunther, ja, mit feinstem deutschen Akzent sagt Fight Night. Fight Night. Das war gut. Fight Night, sagt der der Sheamus immer. Ich hätte Sheamus gesagt, nein, Sheamus, Fight Night. Warte mal, ganz kurz, übrigens, danke an Pat McAfee, der uns übersetzt hat, nein, meets no. Ja, und er hat 1, 2 und gesagt, und das dritte Wort für 3 hat noch gefehlt, irgendwie sowas hat er gesagt, das war auch witzig. Übrigens, also Pat McAfee finde ich ja sowieso ganz gut, manchmal nervt er ein bisschen. Michael Cole hat sich so sehr verbessert, seitdem er keinen Mann mehr im Ohr hat. Das fiel mir schon auf beim SummerSlam, bei dem Brock Lesnar Match am Ende, wie großartig der war. Also Michael Cole ist in seinem dritten, achten, neunten Frühling, muss man sagen. Das Match, also jetzt haben die Leute verstanden, dass die da beide wrestlen können, ja, Indie-Catch in Ehren, was man auch will, aber das hat wirklich wunderbar funktioniert. Die Halle hat es dann am Ende dann doch noch gefressen, weil es einfach gut anzusehen war, weil es war nicht sehr brutal, aber es war sehr intensiv und das hat mir dann ganz gut gefallen. Ich weiß die Story von dem Gunter, der Butch, der Luki sagt ja jetzt zum Gunter, komm, geh mal weg, brauchst du jetzt nicht, machen wir jetzt nicht, ist ja in Ordnung, aber eigentlich wurde mir ja erzählt, dass der Gunter sauer ist auf den Luki, dass der jetzt schon wieder verloren hat und dann lässt sich Herrn Gunter doch da eigentlich nicht, ist egal, das in Feinheit, das hat dann aber nicht gestört, auf dieses Match freue ich mich natürlich sehr. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Butch hier eigentlich so der kleinste von den Dreien ist bei den Brawling-Bloods und dass da der Luki da dann zumindest dann over geht dann irgendwie, aber muss auch nicht sein. Das hat sich wirklich wenig Sinn gemacht als Face, weil, muss man auch sagen und deswegen hat man glaube ich dieses Match auch nochmal gemacht, denn du hast auf einmal in Sheamus und Rich Holland, die schlagen auf die Matte, holen die Halle, das ist eine klare Face-Ausrichtung, weil man es jetzt halt braucht gerade. Ja, ja, da wird schon aufgeliefert. Die sind keine Faces, aber das hat man schon richtig gemacht und natürlich gewinnt dann jetzt hier die Face-Gruppierung, um dann mehr Tension zu haben für den Main-Event oder für den Hauptkampf in dieser Fede. Das ist dann schon okay. Dafür, dass morgen das Match ist, dann ist das schon in Ordnung, dass man das so rumgedreht hat. Und? Sonst hätte ich gesagt, der Luki wollte diesen Sieg, aber ist jetzt auch egal. Ich finde aber halt gut, dass dieser Butch jetzt, ich mag ja diesen Butch-Charakter und ich finde auch, der muss auch Butch heißen, weil das ist genau so ein Butch, aber dass man diese Intensität dann im Ring bringt, dass die Leute wissen, sobald der im Ring ist, ist es kein Spiel, es war Pete Dunne im Ring, sondern ein Pete Dunne, der dich fertig macht. Und dann noch als letztes, es war halt jetzt dieses wrestlerische Indie, wie immer man das nennen will, einfach pures Wrestling in diesem Main-Event, wrestlerischer Main-Event. Und im Opener hast du den größten, also mit diesem Wikinger, hast du das größte Sports-Entertainment, das du liefern kannst, in dem du einfach so ein Hau-Wech-Match auf irgendeinem Piratenschiff machst oder Wikinger-Schiff. Also das ist einfach, dafür fand Smackdown einfach gut. Plus diese Sachen mit Sami Zayn, plus die Sachen mit der Bloodline. Smackdown hatte einfach so eine gute Ausgewogenheit einfach. Da war jetzt für jeden was dabei und das für eine getapete Show. Ich hätte das nicht erwartet, dass das so gut funktioniert heute. Natürlich hat man bei getapeten Shows natürlich die Möglichkeit, Sachen auch noch zu schneiden. Ich weiß nicht, ob das in der Halle so stattgefunden hat, in der Reihenfolge, aber es war, so wie man es uns präsentiert hat, sehr, sehr unterhaltsam und auch das Match hat keinen Abbruch getan. Gut finde ich, die beiden haben Zeit bekommen. Also man hätte das früher in zwei Minuten abgehalten, sind wir mal ehrlich, weil man nur aufgrund der Schäme es nochmal raus wollte. Das hat man hier nicht gemacht, man hat den beiden mal gezeigt, man hat auch gezeigt, dass sie was können. Auch Ludwig Kaiser darf dominieren. Also er verliert das Match zwar, ja, aber am Ende des Tages konnten beide zeigen, dass sie was können und ich glaube, das haben die Leute jetzt verstanden an der Stelle und deswegen war das in Ordnung. Wir kommen nach dem Wrestling-Man-Event natürlich jetzt zu dem, was noch angekündigt war und das ist natürlich zwei Jahres-Celebration für unseren großen Champion Robin Reigns. Wir heben den Film. Ne, heben wir noch nicht. Seh, wie sehen. Ist immer noch Backstage. Der prüft nochmal seine Liste. Der sagt, ja, alles richtig, können wir loslegen. Dann kommt ihr auf die Idee, sollten wir vielleicht nicht irgendwie auf den Roman warten, so alle zusammen. Das finden die Usus jetzt wieder nicht so toll. Sagen, ja, die ganze Plattelein, was, wie, hä, wie? Ne, man einigt sich aber dann. Wir gehen jetzt raus und dann kommt der Roman Reigns und, äh, bester Satz neben den ganzen Geschichten von Adam Pearce war an der Stelle, komm, let's celebrate the celebration. Darauf können sich einigen, das liegt nach dem Plan. Naja. Dazu hat der J mit dabei, der alte Griesgab, selbst dazu hat der Lust. Ja, das hat sich der Sami Zayn noch wunderbar ausgemacht. Wie kann man den Sami Zayn nicht mögen? Ey, J Uso, ey, jetzt hab dich mal nicht so. Jetzt mach den nochmal, nimm dir nochmal ein Beispiel an deinem Bruder. Ja, der Jimmy, der mag den doch auch und Sami Zayn, der tut doch wirklich alles, um bei dieser Platzlein dabei zu sein. Wir kriegen erstmal Werbung. Ähm, gar nicht so wichtig an der Stelle. Es war halt nochmal so ein kleiner Cliffhanger, geht jetzt los, alles klar und wir denken, okay, jetzt kommen die einfach in den Ring, sieben Minuten und dann ist die Show zu Ende. Ne, ist nicht so. Ähm, denn wir sehen erstmal einen Tyson Fury Clip. Ja, dieser Tyson Fury, der Boxer, der hat doch schon mal ein Match, hat er doch schon mal gemacht und es waren lange Gerüchte, dass Tyson Fury auf Drew McIntyre treffen könnte. In Khalif hat man jetzt nicht gemacht, aber Tyson Fury wird am Ring sein. Der ist im Publikum, das sagt man uns, der hält die kleine Promo. Okay, mal gucken, ob sie da jetzt was einleiten oder ob das jetzt so ein One-Night-Only-Ding wird, weiß ich nicht. Weißt du, gegen wen Tyson Fury sein Match hatte, sein einziges, in Saudi-Arabien, weißt du das noch? Braun Strowman. Da wird Chuchu, da wird Zug gefahren, sag ich dir. Das könnte der große Payoff. Schau mal, Braun Strowman. Er ist auf jeden Fall da. Das wollte man uns zeigen, das hat man uns gesagt, mit ein paar Einspielern, ist okay. Also ein paar Bilder von ihm. Abo-Bilder, schöne Bilder, schöne Fotos stehen im Ring, hat der Sammy aber sich drum gekümmert. Das ist nämlich der Master of Ceremony, der MC, nicht CM. MC ist wichtig, CM ist der andere, den braucht keiner, aber MC Sammy ist am Start der Master of Ceremony. Der hat das toll gekriegt, der will jetzt auch moderieren. Da hat man ja gesagt, ja, der Tribal Chief ist nicht, der braucht ja irgendjemanden, der das macht, weil der Heyman ist nicht da, das war ja letzte Woche, das will der das machen, fängt da an. Der Jay, der alte Kriegskram, der macht wieder nicht mit, der nimmt dann selber das Mikro und macht dann selber so einen Bums und dann fängt Sammy an, die Usos zu kopieren und macht quasi diesen Shit-Talk, den die immer machen, dieses Rap-Ding. Das war sehr, sehr lustig, bis dann Jimmy sagt, er die ganze Zeit ja auf der Seite von Sammy eher war. Sag mal, was denn du hier? Ja, ja, ich höre schon auf. Das war gut, das war super. Sammy Zane ist der Goat von, es ist einfach, es war wieder wunderbar unterhaltsam. Kleines Detail, also sind ja hinten die ganzen Bilder aufgestellt, so wie Roman Reigns größte Sieger, WrestleMania dabei, gegen Brock Lesnar und dabei. Ich hätte das so schön gefunden. Die hat ja Sammy Zane zusammengestellt. Ich hätte das so schön gefunden, wenn einer dieser Momente gewesen wäre, wie Roman Reigns damals Helen Nacelle, den Jey Uso gepinnt hätte. Das hätte so wunderbar reingepasst, um den Jey Uso so ein bisschen zu triggern. Aber Marcel, was jetzt mir aufgefallen ist, ich kenne da jemanden, der hat so eine Show gemacht in der Show und geredet, irgendwas mit K.O. Und da standen auch manchmal so Bilder rum. Der war heute nicht da, aber da war er doch, da hat man doch vor, vielleicht, kleiner Hint, war auf jeden Fall gut umgesetzt. Man weiß es nicht, man wird es ja wie Zane halt mit dem MC. Jetzt ist der Roman Reigns nicht da, man kündigt an, Roman Reigns, alle denken Musik und sieben Minuten, nein, ist nicht so, wir sehen ein Auto ankommen, ein dicker Chefrolley, kommt an Gefahr, das ist der von letzter Woche und der steigt natürlich aus, hat seine Titel nicht dabei. Bevor du dich, bevor du dich hier lächerlich machst, jeder weiß, dass das ein Cadillac war, er füllt, das war kein Chefrolley. Ich wollte da gucken, ob du aufpasst. Ja, ich bin doch ein Autofreak, weißt du doch, dass ich das weiß, jedenfalls steigt er aus, wir fingern uns einen Wund an der Stelle, ja, und er hat die Titel nicht dabei, wir denken, hat er die Titel jetzt im Kofferraum, keine Ahnung, er guckt erst mal, er ist ja alleine weg, selbst, der Heiman ist ja nicht dabei und auf einmal kommt ein Fuß von der Seite, bam, wieder ins Gesicht, wie vorhin beim Ding hier, einfach so, es ist der Drew McIntyre, ja, dieser Drew McIntyre hat unseren Roman Reigns jetzt umgehauen, Roman Reigns wird diese Halle nie, aber auch nie erreichen, ja, Drew McIntyre schon, der macht jetzt auf den Weg und er hat wieder sein Feinripp unterhemd an der Schwarze und das sieht er uns dann aus, ja, dann dreht er sich um und da sind die Striemen auf dem Rücken von den Kendo-Sticks und was da letztes Mal alles so passiert ist, der wurde ja ganz schön zerlegt, muss man sagen und jetzt ist das ähnlich, also auf dem Weg zum Ring kommt Sammy schon entgegengestimmt, der will, der will das alles noch bewahren, seine Feier, seine Große, kriegt aufs Maul, ne, ist halt weg, dann die Usos, die kriegen sie in zweit auch nicht hinter Drew McIntyre, macht die fertig, es ist wie es ist, ich sag mal so, der macht auch die Bilder kaputt, das finde ich nicht in Ordnung, also da hätte er auch mal einen Schluss machen können, dass es ganz schön heal ist, ne, im Ernst, alle drei draußen, Drew über's Toprope, auf alle drei drauf, dann gibt es noch den Sammy, der ein paar Sachen kassiert, am Kommentar wird gefragt, ist der jetzt bereit für den Titelfahrt, ich denke ja, Stühle, Sam frisst Danny Bulletin, Claymore mit Stuhl, der Jimmy muss draußen aufs Pult, der Jay, der ist der Letzte, der muss wieder durch diese Parikade, ja, die Parikade, die nie festgeschraubt ist und dann gibt es halt noch eine kurze Ansage an Roman Reigns, ich werde nie aufhören, schau dich um, die Bloodline ist zerrissen, der Gottmode ist ausgeschaltet, ich werde diesen Titel gewinnen, sagt er uns und damit endet diese Show, geiles Bild, geiles Visual, wie Drew dann dasteht, das sieht aus wie ein Champion, richtig? Ja, war eine, wie heißt das, Juxtaposition, ich muss ja wieder angehen mit den Fachwörtern, einfach eine Gegenstellung zu dem, was letzte Woche passiert ist, als die Bloodline komplett gewonnen hat, so macht man es dann halt im Westen, das ist dann die Go-Home-Show, diesmal schon McIntyre gewonnen, dafür kriegt er natürlich auch die goldene Matte von mir, das ist, das ist so weit auch in Ordnung, mal der Reihe nach, als der Roman Reigns kommt, da war der Partybus im Hintergrund, das fand ich, das hat mich dann sehr beeindruckt, dass man daran gedacht hat, dass da immer noch der Partybus von letzter Woche steht, fand ich gut, und Claymore natürlich auch, da lässt er auch gut aus, du siehst halt, wie einfach dieser Schuh dann ins Gesicht einfach reinfliegt, wunderbar, Roman Reigns nicht dabei, ich weiß aber nicht, also der ist jetzt von einem Claymore tatsächlich ausgenockt, oder aber, er will nicht mehr reinkommen, weil er sieht, wie Drew McIntyre da mit seinen Leuten umgeht, dass er dann wieder ihn unterstützen will, das kann natürlich auch sein. Wir sehen es nicht, wir sehen nicht mal, was mit Roman Reigns ist, also wir hatten das schon ein paar Mal, dass Roman Reigns ja gegangen ist, wenn die anderen aufs Sack gekriegt haben, da sind wir wieder beim Thema, die, die die Kugeln fressen, ja, ein Schuh fertig gemacht, diese Woche ist ein Schuh, der drei fertig macht, aber Roman Reigns eben nicht, den hat er nur einmal weggeclaimert, aber er geht in den Ring, hat er sich vielleicht auf die Falschen konzentriert, könnte die Fragestellung sein an der Stelle, oder hat man jetzt die drei quasi einfach rausgescriptet und sagt dann morgen, ja, die sind noch fertig, es sind ja nicht mal 24 Stunden, also da gibt es ein paar Möglichkeiten, offensichtlich hat er kein großes, keine großen Probleme mit dem Rücken, also die Geschichte können wir als Akta legen, der sah ziemlich fit aus, der sah ziemlich jacked und bereit aus, muss man schon sagen. Ja, er sah zu gut aus, das ist eine ganz kleine Kritik, die ich da habe, weil er wurde ja wirklich letzte Woche komplett zerstört, wir haben das Stuhlbild gesehen, wo Roman Reigns über dem drüber stand, er zeigt ja sogar nochmal seinen Rücken und der Rücken ist nicht von vor letzter Woche, sondern das ist das, was wir eine Stunde oder zwei Stunden vorher abgekriegt haben, wenn du kennst, da sieht man es natürlich. Es war halt getapet. Dafür hat er das komplett genosselt, also er hat nicht einen Hauch Verletzung gehabt, das war nicht wirklich schön, auch war nicht schön, dass unsere Tag Team Champions, Unified Tag Team Champions, dass die so gar keine Schnitte haben und einfach die letzten Vollidioten sind. Sami Zayn aber ist einer, der sich mehrfach in die Schusslinie, also er ist der Erste, der hingeht und das Opfer nimmt und er ist dann später einer, der dann auch nochmal wieder reinkommt und dafür dann nochmal einen kriegt, während die Usos eigentlich gar nicht so viel kämpfen. Also das ist, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber zumindest ganz interessant an der Stelle. Er hat uns, Joe McIntyre hat uns wieder gesagt, er wird Roman Reigns den Kopf abkicken. Das ist mittlerweile zu, das hat er so oft jetzt schon gesagt, in jeder einzelnen Fede will er den Kopf abkicken und nie passiert ist. Also nicht, dass ich das tatsächlich sehen wollen würde, aber wenn man es immer ankündigt, dann muss man irgendwann auch eine Payoff geben. So funktioniert es dann leider. Aber ansonsten war das einfach, es war einfach ein Gehobensegment, das hat funktioniert. War gut. Ja. Kannst du nichts sagen. Steine These, mein Lieber. Früher, klassische Gehobensegmente, Gehobensegmente, das war ja, vielmittel, das hat man sehr, sehr oft genutzt. Bei der vorletzten Shows sind die Heels, bei der letzten Shows der Phase und der, der am Ende oben steht, ist in der Regel derjenige, der verliert. Jetzt haben wir aber natürlich ganz andere Vorzeichen. Wir wissen nicht, ist die Blattline dabei? Was ist mit Heyman? Was ist mit KO? Der war nicht zu sehen. Was ist mit möglichen anderen Leuten, wie Karrion Kross? Da hat man mehrere Hints wieder drin gehabt heute in dieser Show. Da kann einiges passieren bei Clash at the Castle. Darüber, wie gesagt, haben wir in der Preview ausführlich gesprochen. Mein Take ist Cody Rhodes. So, habt ihr es gehört. Warum erkläre ich da? Könnt ihr euch anhören auf Patreon. Das ist natürlich so ganz dufte, wenn ihr das tut, weil dann heißt das nämlich, ihr habt uns unterstützt. Dafür bedanken wir uns. Ihr könnt uns auch damit unterstützen, indem ihr hier einen Daumen nach oben gebt und vielleicht noch einen Kommentar drunter schreibt. Das wäre ganz, ganz klasse. Ansonsten bin ich an dieser Stelle durch. Bei Raw sagt man das ja immer bei Raw sagt man das immer am Anfang mit dem Daumen und so. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gemacht. Marcel, das brauchen wir nicht, weil Slack dann auch so funktioniert. Besonders an der Show, wo wir zehn Stunden später, naja, wie auch immer, wir gucken uns das an. Clash at the Castle auf twitch.tv slash herrflöter mit OE geschrieben. Da wird der Tobi zu Gast sein, da wirst du zu Gast sein, da werde ich sein und wir gucken uns das gemeinsam an. Wir gucken auch Birds Collide und der Tobi guckt dann am Sonntag in der Nacht von Sonntag auf Montag auch noch AW All Out. Der macht dann die Lichter aus. So ein Ding ist das und ich glaube, da ist genug Gesprächsstoff die nächsten Tage und wir werden ganz sicher von uns hören. Zwei Spiele in der Live-Review direkt nach Clash at the Castle auf YouTube bei Spotfight. Da könnt ihr wieder einschalten. Da sind wir drei und fassen das Ganze zusammen. Denkt dran, wer kein Network hat. Ja, am Montag läuft das Ganze um 22 Uhr auf pro Sieben Max. Auch das müssen wir nochmal unterbringen, Marcel. Und jetzt bin ich wirklich durch. Ich gehe jetzt ein bisschen schlafen, dann gucke ich ein bisschen Fußball und dann bin ich aber in Cardiff. Das sage ich dir, mein Lieber. Ich freue mich drauf. Ich glaube, die Show hat keinen Abbruch getan. Das war eine coole Go-Home-Show. Eine geile Show für die Getapete sowieso. Hab Spaß gehabt. Und jetzt du mit den letzten Worten. Schön mit euch. Das wäre ja so, glaube ich. Wann ist das denn? Montag, ne? Auf pro Sieben Max. Montag oder Dienstag? Montag, glaube ich. Also wenn ihr das... Das ist wirklich wichtig, wenn ihr kein Network habt oder wenn ihr nur die deutschen Sachen guckt, guckt euch das auf pro Sieben Max an im Free-TV. Wie wird das ganze Event übertragen? Zwei Tage später. Also ich würde es mir angucken und Herr Flöter guckt sich das an. Das weiß ich auch im Livestream wieder. Das ist das eine. Ich habe gerade überlegt, wie ich den Volltrottel gebe. Ich glaube, den Usos. Weil die halt schon ein bisschen zu wenig war. Nein, Jay. Ich gebe ihm Jay Usos, weil er so ein Grießkram ist. So, haben wir das auch geklärt. Ich fand es ganz interessant an der Show und sie war wirklich gut zu gucken. Das ist so ein schmaler Grad einfach. Eine getapete Show, du hast immer Spoiler. Du weißt, wenn du die ganz großen Sachen raushaust, dann weiß das jeder. Und man will es nicht wissen. Und wenn du zu wenig machst, ist es natürlich zu langweilig. Also man hat das gut gelöst mit zwei wirklich guten Matches und zwischendurch genug Storytelling, was einen am Ball bleiben lässt. Aber eben nicht zu viel, dass das mal dann weggespoilert wird. Das, was ich nochmal gesagt habe. Das für Donna Lousy hat mir überraschend gut gefallen. Einfach, weil ich es nicht erwartet hätte. So konnte man sich geben. Ich habe Bock auf Cardiff. Ich gucke mir das an am Samstag mit euch allen zusammen. 19 Uhr geht die Show los. 18 Uhr Kick-Off-Show. Twitch.tv slash Herr Flöter habe ich das auch nochmal gesagt. Ja, am Sonntag geht es natürlich weiter. Da ist Worlds Collide. Auch das zu einer guten Uhrzeit. in Deutschland. Guckt euch das an. 22 Uhr mit uns am Sonntag. Das geht auch nur zweieinhalb Stunden. Das ist ungefähr ein Drittel davon, was AEW denn danach bei All Out macht. All Out gibt es auch noch. Meine Fresse. Wer kann denn so viel alles gucken? Das wird so großartig werden. Das wird unser Wrestling-Wochenende werden. Zieht das durch. Schlaf braucht ihr nicht. Schlaf könnt ihr nächste Woche machen. Nächste Woche. Mittwoch. Mittwoch ist sowieso nie was los. Mittwoch schlaft ihr mal eine Stunde länger. Dann könnt ihr am Wochenende mit uns alles gucken. NXT, wenn ihr das nicht verfolgt, wir haben der Flöter. Herr Flöter und ich haben zusammen zwei Wochen nochmal Roundup gemacht, in allen Portalen, außer auf YouTube natürlich. Das ist ganz klar. Und dann bin ich auch raus und wünsche euch ein wunderbares Wrestling-Wochenende. Sagt ihr Dankeschön und auf Wiedersehen. Marcel, ich habe es wieder probiert mit den letzten Worten. Es geht einfach nicht, denn du hast das Wichtigste vergessen. tippspiel.spotfight.de Beide Events All Out und Clash at the Castle tippen. Die Card für Clash at the Castle ist fix. Da passiert nichts mehr. Bei Spector keine neuen Ansetzungen, keine Änderungen. Das heißt, wer da getippt hat, ist safe. Ja, neun Punkte gibt es zu holen. Bei All Out gibt es deren 16. Ja, 14 Matches plus zwei Zusatzfragen. Da könnte sich noch was tun, wenn bei Rampage was passiert ist. Das weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Guckt auf jeden Fall rein. Ihr könnt tippen bis eine Stunde vor den Events jeweils. Das heißt in dem Fall bei Clash at the Castle bis 18 Uhr. Bei All Out in der Nacht von Sonntag auf Montag bis 1 Uhr. Vergesst das nicht. Alle Patreons sind in der Wertung. Alle anderen können auch tippen. Sind halt außerhalb der Wertung. Und damit bin ich wirklich raus. Jetzt wirklich schön mit OE. Was ist mit OE. Untertitelung des ZDF, 2020